Da sind sie! Los! Die geschmiedeten Klingen sind bereit. Wir erteilen wir ihnen eine Lektion. Macht euch bereit, Zwerge! Geschmiedete Klingen bringen mir jetzt nichts. Macht wir Platz! Folgt eurem König! Endlich! Unser König ist hier! Hoffentlich kommt jetzt hier nicht der... Werft sie zurück! Ah, okay. Gut. Jetzt lassen wir uns. Wo war der jetzt? Hä? Ich hab den letztes Mal auch nicht gesehen. Plötzlich war er da. Da ist er. So. Oh. Zurück. 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 Oh Gott. Ja. Während der König da gegen den kämpft. Macht eure Bögen bereit. Perfekt. Jetzt haben wir wenigstens... in die Schlacht, Zwerge. Ein paar mehr Einheiten. Die Schlacht ist nah. Ich rieche es. Gut. Währenddessen konnten die die hier jetzt hier umbringen. So. Wir holen uns jetzt mal hier alle Hilfe, die wir kriegen können. Und jetzt ist hier keiner mehr. Ja. Ja. Ja, gut doch. Wumsch... 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 Nicht flüchten. Dann. Seid standhaft, meine bärtigen Brüder. Salve! Schnell wie der Wind. Ich bin gleichfällig. So, ging. Der Feind ist nah. Hilfe! Hilfe! Wer? Aha. Die schießen ja auch noch. So, weiter. Yo. Nein. Oh, gut. Das war daneben. Geld. Das können wir... Oh. Okay. Oh, das ist blöd. Jetzt ist doch unsere Armee wieder etwas geschrumpft. So. So, los gegen den Troll. Der mag kein Feuer. Ja, da kann ruhig der Gnome hier einmal helfen. Da. Der muss doch hier endlich mal weg. Gut, das kann der Turm machen. Das hebt gleich die Stimmung, wenn er hier sinkt. Habe ich das aus... Ach nee, doch. Das hatte ich ja irgendwann gekauft. Gut, da müssen wir noch warten. Bisschen fehlt noch. Ja, los auf die hier. Feuer machen. Hilfe! Hilfe! Was passiert denn, wenn ich hier so mache? Dann springt er da doch. Siehste, der macht mich... Haltet sie von unseren Gebäuden. Der macht mich hier schon wieder fertig. In die Schlacht, Zwerge. König dein ist gefallen. Ja, toll. Jetzt habe ich ja überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Ja, doch. Wenn die es schaffen... Die sind gerade tot, ne? Menschen, Elben und Zwerge sind nicht mehr. Unser Feind hat gesiegt. Okay. Irgendwas mache ich falsch. Und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Naja. Weiter. Neustart. Und das ist doch so eine Mission, um jemanden zu ärgern, glaube ich. Um den Spieler mal so ein bisschen zu quälen. So, jetzt werde ich erstmal... Jetzt renne ich einfach durch. Ich renne einfach durch, nehme alle mit und die, die es schaffen... Das ist gut denn. So ist jetzt meine Taktik. Das nimmt einen schlimmen Verlauf. Die Ansiedlung wird überrannt. Jetzt können uns nur noch die Götter... Ein Hammer Gläunz. Wir sitzen in der Falle. So. Na gut. Wir müssen zu den Docks und zu unseren Truppen zurück. Sonst sind wir verloren. Ich führe euch. Na, gegen die müssen wir uns jetzt hier doch durchkämpfen. Wir werden angegriffen. Verschont niemanden. Bix mit Seilen. Wir haben jetzt geschmiedete Egel. Ja gut. Das ist unser Ziel. Jetzt sehen wir, wie er übrig bleibt. Aber es ist ja dann auch spannender. Es kann ja nicht immer alles so im Let's Play so locker flockig funktionieren. Und jetzt... Ist es dann nochmal ein bisschen spannender. Schon. Wenn man es nicht auf Anhieb schafft. Oder es ist langweilig und nervig. So oder so. So. Wir können die anderen Einheiten auch später retten. Mal die Menschen. Wo? So. Wir gehen einfach... So. Rennen. Wir haben jetzt alle ein Ziel. Und die stehen im Weg. Hier, der kann nochmal ein bisschen tanzen. Ich hatte mehr gewartet. Los. Hilfe. Hilfe. Ich bin gleich auf ins Getümmel. Wir müssen dir unseren... König dein. Nein. Nicht König dein. Sie greifen aus der Ferne. Weißt vor ihrem Ort. Das ist so... So dämlich, die Mission. Ein Nazgul. Ein Nazgul. Ja, tanzt mich zum Ziel. Tanzt mich zum Ziel. Tanzt mich zum Ziel. Wir müssen aufbrechen. Ja, brecht mal auf. Okay. König dein. Ihr seid unsere Rettung. Wo sind die Gegner? So, jetzt schnell. Und dann... Los, vorwärts. Verteidigen wir hier. Aber irgendwie... Hab ich so das... Ungute Gefühl... Dass das nicht funktioniert hat. Und jetzt hab ich die alle ins Lager gelockt. Hier so. Ich hab's auf jeden Fall nicht besser gemacht. So. Gibt es hier nicht noch irgendwie einen anderen Weg? Hier ist es... Hier hinten ist es doch irgendwie so trocken. Hier. Na gut, das bringt uns aber nichts. Doch, die kommen irgendwie von hier. Vielleicht... Gibt es ja noch einen anderen Weg? Nein. Von hier oben? Das wär schön. Ah, wir wurden entdeckt. Und verdichtet. Die Dunkelheit breitet sich weiter nach Mittelerde aus. Hm. Irgendwie bin ich ein wenig ratlos. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt falsch gemacht hab. Ich hab's sogar in vier Minuten geschafft zu verlieren. Also ich glaube, da kann ich mich noch ein bisschen steigern. Sonst muss ich mir irgendwas überlegen. Dass ich das mal einmal vorspielen muss oder so. Weil... Ähm... Diese Mission füllt jetzt sogar schon bald eine halbe Stunde. Von dem Let's Play. Aber es wird interessant, wenn ich's denn gelöst hab. In... In... In den nächsten... Zehn Folgen sollte ich das hoffentlich schaffen. Die Schlacht nimmt einen schlimmen Verlauf. Die Ansiedlung wird überrannt. Jetzt können uns nur noch die Götter geben. Weim Hammer Gläunz. Wir sitzen in der Falle. Die Schlacht ist nah. Wir müssen zu den Docks und zu unseren Truppen zurück. Sonst sind wir verloren. Gewählte Verbündete. Mhm. Ah, jetzt hab ich die stärker gemacht. Na gut. Vielleicht bringt uns das ja was. Ich hätte ja gehofft, ähm... Schießt ihr das hier kaputt und wir können hier viel schneller wieder nach unten kommen. Jetzt bin ich müde. Für die Eisenberge. Die geschmiedeten Klingen sind bereit. Habt ihr schon genug? Jawohl. Dann kämpfen wir uns doch wohl durch. Im Laufscheinung. So, also bis hierhin. Jetzt werden wir hier Einheiten bekommen. Na, da. Die bleiben hier. So. So. Die in Sicherheit bringen. Die sind natürlich wichtig, wenn man so ein bisschen Fernkampf hat. Schützt eure Warte. Jetzt wird geklappt. So. Zusammenrotten. Und die Schiffe. Ich führe euch. So. Wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt den ganzen Weg hier lang. Los, hol dir das Geld. So. Nein. Nein. Ja. Nein. Auch nicht. Der König hat ihn geschlagen. Heilen. Ich folge mich niemals. Zeigen wir Ihnen, aus welchen Stein Zwerge gemeint sind wir. Irgendwann? Nein. Jawohl. Ach, diese Schiffe sind sowas von ätzend. Also, sie können doch eine Belagerung wirklich beeinflussen. Dann kommt er jetzt noch dazu. Der ist vielleicht doch nicht so unhilfreich. Oh, da rennt er einfach so durch. Ach, das ist ja auch. 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 Hilfe, Hilfe! Nein, seid ihr es wirklich? So, wir werden gleich... So, gleich kommt er hier hin. Und dann... Von hier kommen sie ja auch gleich. So. Zurück. Ja, 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 ja. Nein, nein, scheiße, blöd. Und es hat nichts gebracht. Meist場, Herr König. Ja, 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 ja. Vielen Dank.